Ah fuck Ja wie soll ich denn Outlast geht natürlich weiter muss ja hier in den keller und hier storage room electric room machine room also ich muss in den maschinenraum wahrscheinlich elektronik raum was auch so scheiße so warum man die tür nicht leise zu machen kann das verstehe ich nicht ich verstecke mich immer sicherheitshalber da ist sicher irgendwas ich will jetzt nicht rausgehen ach du scheiße ich traue mich nicht rausgehen ich glaube das Vieh kommt jetzt rein da ist er da ist er scheiße du machst die dinge auf ist er noch da ja soll ich rausgehen ja komm so jetzt leise hier Ah, fuck Ja, wie soll ich denn da Na toll Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo wir lang müssen Und wir wissen, dass dieser Da ist nichts, das macht mir nicht zu Dann verstecken wir uns und dann müssen wir wieder warten Das Problem ist, wenn ich gerade zurückgelaufen wäre In den Spind Dann hat der sicher den Spind einfach aufgemacht und nicht da totgeschlagen Hm Ja, hm Ich muss irgendwie an dem vorbeikommen Er wartet da auf jeden Fall nach oben Was soll ich jetzt machen? Er latscht da immer noch rum Du musst halt irgendwie gucken, an dem vorbeizukommen Aber wie Kann ich hier irgendwo verstecken? Das ist jetzt sicher wieder irgendwas Musik wird schon wieder so komisch Hm Komm Sind wir nicht so pussy Gucken wir mal Das ist so viel Auf jeden Fall Steht da auf jeden Fall Wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie Irgendwie Das Ding wieder betätigen Und dann dem Typen vorbeikommen Aber das ist glaube ich nicht so einfach Ist er wieder hier drin? Das ist jetzt ein bisschen langweilig Aber irgendwie auch nicht Komm, geh wieder ins Wasser Ich will das Wasserblatt schon hören Na komm Kann auch irgendwen jetzt hier nicht so links oder rechts Man kann halt wirklich nur noch gerade ausschauen Steht ja schon wieder da Okay Was geht er da rein? Es soll da endlich durchgehen, Mann Das nervt mich gerade ein bisschen Das geht ja nämlich schon wieder hier rein Du bist sau da, die blöde Mein Typ, der korrekt sich da hin ab Was geht er? Ich hab das nicht gesehen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Gebt mir das auf den Sack. Warum könnt ihr denn nicht immer ein bisschen länger wegbleiben? Das ist nämlich wieder hier drin. Jetzt macht er den Schrank auf. Geh weg! Geh weg! Das war's für heute. Ah, nein. Jetzt gucken wir mal, wo der lang geht. Das war's für heute. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, dass er hier lang geht und ich hab's trotzdem. Oh, was? Niemals. Ach komm, ja. Ja, komm. Ja. Ich würde sagen... Ja, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr jetzt gerade. Weil es einfach so langweilig ist. Ich denke... Ich werde euch jetzt mal ärgern und werde die Folge einfach beenden. Und ich weiß ja, was ich machen muss. Und seid gespannt, ob ich es beim nächsten Mal wieder so verkacke. Oder ob ich es hinkriege. Auf Wiedersehen!